Das Rucksackmodell ist ein Modell, das kulturell verankerte Artefakte, Werte und Denkmuster vereinfacht erklärt. Es stellt die Kultur als einen Rucksack dar. Das Individuum trägt seine eigenen kulturellen, individuellen und sozialen Hintergründe in seinem ganz persönlichen Gepäck. Der Inhalt des Rucksacks kann im Laufe des Lebens erweitert werden, indem der Mensch Werte und Einstellungen annimmt, die eher einer fremden Kultur ähneln. Nicht die Kultur, sondern das Individuum selbst entscheidet also über den Umgang mit den Inhalten seines Kulturrucksacks.